Was soll sie jetzt machen? Ja, sie will sich den Jäger holen, weil er total im Arsch ist. Und ich werde jetzt folgendermaßen machen, so assi wie ich bin. Ich nehme nämlich Base, Retire und verkaufe den da. Yes! Dann buy, buy, buy a new Jäger. Denn wir jagen jetzt dieses letzte Mistvieh. So, dann gehen wir da aufs Gold drüber und... Habe ich den schon bewegt? Ah, die Vespa habe ich noch nicht bewegt. So, zack, 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 runter zum Gold. To the money! So. To the money, to the money. Die setze ich da hin. Bye, buy, Jäger. Ja, ja, ich übertreibe mir gerne mal. So, du kommst langsam da runter und du holst dir jetzt unsere Missy. Wenn es dann klappt. Angaben ohne Gewehr. Damage. Damage nicht gut. Damage machen gut. Damage, Damage. Triffst du sie noch zweimal? Boah, ich verziehe mich von hier. Scheiß, laufe, Viege weg. Die besiegt mich auch jetzt auch noch, oder was? Danke für die Heilung. Ein Hit noch, ein bisschen Geschichte. Nice! Und das war der eine Hit und damit haben wir die Map auch gewonnen. Target eliminated. Keine weiteren Fragen. Wir haben es in der Luft zerfetzt. Technos Victory! Wie, wie, Victory! Do you want to save the process? No, ich habe save states. Hm, hm. Die Technos lieben es, den Prozess zu suchen, die Perfektion von Intelligenz durch die Blendung von biologischen und cyberneurotischen Fähigkeiten. Und, ähm, die Teslas genießen pure Energie der Razor-Fans, ähm, dem Selbstschwerter, was kein Plan, da sind so viele Wörter, die ich nicht kenne. Und die Kill Cycles sind vorgemacht, vorgefertigte zu ihren Jet-getriebenen Vehikeln, bla, what so ever. The Psych. Sie wurde errichtet vor 450 Jahren, daher sollte es ziemlich leicht sein, es in Stücke zu zerschlagen. So, wie ihr seht, habe ich keine Base und die haben eine Base und die haben ein paar ziemlich krasse Gegner. Deswegen würde ich sagen, wir gehen sofort auf Full Angriff. All everything else is a bad idea, a really bad idea. Und natürlich werde ich erstmal die... Warte mal, Cancel. Overlord. Oh, they are overloaded. Yeah, Bombenfall, was sowieso nicht trifft. Weg, 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 weg. So, Kamikaze. Bam, voll getroffen. Und noch getötet. Bam, nice. Ja, das war der Kamikaze-Angriff. So, was machen wir unsere Fire Witch? Die geht da hinten. Komisch. Du machst was? Du gehst die da angreifen. Okay. Okay, okay, okay. Greifen wir erstmal mit dem an. Natürlich die Base. Mal gucken, wie das läuft. Aber ich sehe ziemlich schwarz, ganz ehrlich. Ein ziemlich langweiliges Mage bisher, muss ich sagen. Oh, ich habe ein bisschen damage gemacht. Gut. Chiliporters are offline. Das bringt mir ja aber nichts. Hm, hm, hm. Bin dem Vieh hier übel zu unterlegen. Leben, leben, leben. Sink schneller. So, und wir müssen mal wieder Kamikaze machen, wa? Okay, das war daneben. Tja, ja, das war wohl nix. Ein Satz mit X. Okay, machen wir sofort weiter, indem ich einmal Overlord auf unseren Hippie hier mache. Warrior Overlorded. Und dann mich teleportiere. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, die da unten könnt ihr haben. Ach, er geht zurück. Okay. Was machst du? Greif son. Jo. Okay. Angel Forest. Bla, bla, bla. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ich würde mich. Ich erwische. Da bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Komm doch. Kann ich noch mal aufstellen? Ne, drei Teile ist das Maximum. Da habe ich ihn mal gut zugesetzt. Na, komm doch her. Komm doch her. Na, komm, den musst du nur einmal treffen. Jawoll, das war's. Ein Angel goes down. Gucken, ob jetzt noch jemand kommt. Sollte er eigentlich. Noch ein Angel. Okay. Let's rock. Mit Grafik-Bug. War ja so klar. Mhm. Na toll, jetzt kommt er wieder nerven. Leben, meins, 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 meins. Was zum... Den haben wir ja voll fertig im Vergleich zum letzten. Jawoll. Den mache ich langsam aber sicher fertig. Geweckt ist mein Leben. Nice. War ne gute Idee, mit dem Overlorder hier hin zu porten. Einmal noch. Jawoll. So, noch jemand? Der in meine Todesfalle will. Hihihi. Ne, niemand. Schade. Der Chai ist auf jeden Fall auch cool. Abgesehen vom Jäger ist das mein Lieblings-Pairin-Techno. Pairin-Technos. Und apropos Jäger. Let's rock it. So, hier werde ich mal mit dem Razer-Fan angreifen. Und... Da unser Overloaded sowieso bald tot ist, greifen wir die Base an. Dichtger. Dichtger. Dichtger.